Herzlich willkommen in der fünften Einheit des Kurses gratis online lernen. Heute dreht sich alles um die Frage, was darf ich, was kann ich, was gebe ich dafür. In diesem Kurs dreht es sich um kostenfreie Materialien. Allerdings darf man mit kostenfreien Materialien nicht alles machen, was man vielleicht gerne machen würde. Dafür sorgt vor allem das Urheberrechtsgesetz, insbesondere im deutschsprachigen Europa. Damit werden die Urheber eines Werkes geschützt. Und all die Dinge, die sie im Internet finden, sind Werke. Das heißt konkret, bloß weil etwas kostenfrei im Internet zu finden ist, kann ich damit nicht machen, was ich will. Was man in der Regel darf, ist das Material für Eigenzwecke nutzen. Das bedeutet, dass man es online, also im Internet, ansehen oder lesen darf. Das ist häufig für das Lernen mit dem Web ausreichend, aber leider nicht immer. Darf man denn zum Beispiel auch Materialien digital speichern? Darf man sich zum Beispiel ein Bild, das kostenfrei im Web zu finden ist, herunterladen? Die Juristen nennen das Digitalkopie und die private Digitalkopie ist in der Regel erlaubt. Und schon wird es spannend. Vielleicht haben Sie ja einen Freund, dem Sie das Bild, das Sie sich eben heruntergeladen haben, gerne schicken möchten. Müssen Sie das? Und wups, hier greift das Urheberrecht. Das geht leider nicht. Im Gegenteil, Sie können hier schon ernsthafte Probleme bekommen, wenn es sich bei dem Material beispielsweise um einen Kinofilm handelt. Sie kennen es ja aus dem Kino. Mitfilmen ist strengstens untersagt und das ist kein Kavaliersdelikt. Genauso wenig dürfen Sie im Web Materialien ohne weiteres wiederveröffentlichen. Da hilft es übrigens auch nicht, wenn Sie angeben, woher Sie das Bild haben. Eine Wiederveröffentlichung verstößt gegen das Urheberrecht. Übrigens gilt das auch, wenn Sie das Material ein wenig verändern. Damit Sie Materialien aus dem Web problemlos anderen zeigen können, sollten Sie zum Hyperlink greifen. Kopieren Sie die Web-Adresse und verschicken Sie diese. Oder verlinken Sie auf Ihrer Homepage auf die entsprechende Seite. Das ist erlaubt. Viele nutzen das Internet, um Ihre Lernangebote möglichst vielen zur Verfügung zu stellen. Viele Anbieter finden es auch toll, wenn ihre Materialien von anderen genutzt werden. Ob eine solche Erlaubnis vorliegt, das Material für weitere Zwecke zu nutzen, muss man jeweils im Impressum oder bei den Nutzungsbedingungen nachlesen. Da kann dann beispielsweise stehen, dass Materialien gerne in der Schule eingesetzt werden können. Unter der Überschrift offene Bildungsressourcen gibt es immer mehr Aktionen, Lernmaterialien zu schaffen, die wirklich offen genutzt werden können. Solche Materialien können dann auch verändert, kopiert, verschickt und wieder veröffentlicht werden. Wenn Lernmaterialien oder Kurse kostenfrei erhältlich sind, ist das natürlich nett. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass die Erstellung des Materials oder die Durchführung des Kurses nichts kostet. Ganz im Gegenteil, gerade wenn man sich bei einem kostenfreien Webangebot anmeldet, um zum Beispiel Videos betrachten zu können oder so wie hier bei einem Online-Kurs mitzumachen, sollte man sich Gedanken darüber machen, wer dafür sorgt, dass das Angebot nichts kostet. Das ist natürlich nicht immer leicht. Lassen Sie uns ein paar Angebote genauer anschauen. Nehmen wir doch Wikipedia. Wikipedia ist das größte Nachschlagewerk der Welt. Das Angebot ist komplett werbefrei. Es gibt auch keine kostenpflichtigen Spezial-Services auf der Webseite. Das funktioniert nur, weil es viele Sponsoren, Spender und ehrenamtliche Menschen gibt, die das Projekt unterstützen. Dann haben Sie vielleicht bei Ihrem Baumarkt eine Reihe von Videos entdeckt, bei denen Tipps und Tricks rund um das Heimwerken gezeigt werden. Dabei handelt es sich zum einen um Werbung für Produkte des Baumarktes und zum anderen soll der Service Sie als Kunden zufriedenstellen und Sie somit an das Unternehmen binden. Gerade US-amerikanische Online-Kurs-Anbieter sammeln im großen Umfang Daten über Ihre Nutzer. Wenn Sie sich dort registrieren, kann es sein, dass Sie beispielsweise passende Werbung erhalten oder dass Ihre Daten weitergegeben werden. Lesen Sie daher auch immer die Benutzerrichtlinien aufmerksam durch. Wir haben jetzt schon viele Gründe gesehen, warum Materialien kostenfrei angeboten werden. Ein weiterer Grund ist manchmal auch, dass man gute PR benötigt. Das heißt, Werbung in eigener Sache machen möchte. Manche Forschungseinrichtungen bieten so beispielsweise Lernseiten für Kinder. Manche Angebote können kostenfrei angeboten werden, weil Ihre Anbieter kostenfreie Services nutzen oder weil Sie kleine Einnahmen haben. Da kommt dann häufig Werbung ins Spiel. Sie entdecken solche Angebotsformen häufig in sogenannten Web-Blogs. Da finden sich dann zum Beispiel tolle Bastelvorschläge und nebendran die Werbung für das Online-Modehaus. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie ist es bei diesem Kurs? Was gebe ich eigentlich her? Und wie finanziert sich das Angebot? Fragen wir doch mal Dr. Ebner. Er ist ja schließlich verantwortlich. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie finanziert sich der Kurs bei Einwuchs hier? Jetzt, wie man vielleicht gelernt hat in dieser Einheit, es ist natürlich so, dass Bildungsangebote man wahrscheinlich so wahrnimmt, wie es in der Schule ist, dass es eigentlich gratis ist, dass man dafür nichts bezahlt und dass das eigentlich vom Staat finanziert wird. Und wir haben also auch das große Glück gehabt, dass wir einen Fördergeber gefunden haben, nämlich den Zukunftsfonds des Landessteiermarkts, der zusammen mit den beiden Universitäten, die Technische Universität Graz und eben die Universität Graz gesagt hat, wir machen ein Forschungsprojekt zu diesem Thema und bieten also einer breiten Bevölkerungsschicht eben diese Kurse an. Das heißt, die Finanzierung in diesem Fall ist mehr oder weniger der Steuerzahler, im weitesten Sinne natürlich dann der Land und auch der Bund, die also das sagen, wir probieren also diese Kurse jetzt einfach einmal aus. Wie das dann weitergeht und haben wir im Ablauf des Forschungsprojektes, also dieses Angebot weitermachen können, wird wahrscheinlich auch daran liegen, wie sehr diese Angebote genutzt werden und wie groß also auch die Universitäten sehen, also dass es gut ist, solche öffentlichen Bildungsmaßnahmen zu treffen. Das Einzige, was wir hier machen, Ihre Daten werden also nur anonymisiert zu Forschungszwecken ausgewertet. Das heißt, es gibt sonst keinerlei Kosten oder sonstiges. Das war's nun auch schon mit der fünften Folge. Mehr wie immer in den Begleitmaterialien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.